So Leute, hi, was geht? Wir sind zurück zu einer weiteren Folge des Tombi-Modus Rottenfleisch da. Und ja, wie ihr seht, wir haben jetzt ja wieder eine andere Map diesmal, die ziemlich geil, meiner Meinung nach, auch ist. So. Aber ihr könnt die Sitz ja selbst dann. Also, und ist auch wieder jemand dabei, der vorhin auch dabei war. Bude. So, dann starten wir mal das Gelbe. Diesmal hostet, äh, Torben, nicht ich. Also, ja. Die Homie-Honeybatche. Loll, die gibt's doch noch bei Ghost. Ah ja, die haben, die haben auch dabei. Okay, vier, Schlüssel. What the fuck. Oh. Map hat sowas, Map hat sowas cooles, Alter. So, ähm, da ist eine Schaufel, die ne ich mir grad mal und graben. Buddeln, 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 oh shit. Toll, jetzt sind wir down, oder was? Ja, abgeh... Oh, lol. Eigentlich hätte ich mir wegrennen müssen, aber gut. Er ist der Feld des Lebens. Also, ich muss sagen, das war eine richtig gute Map, also. Ja, da steht nur bei mir Game Over, aber irgendwie, ja. Ah ja, warte, startet er neu automatisch. Ah. Okay, und. Runde zwei. Erstes, ähm. Hä? Gut. What the fuck, was geht ab? Hm, wir haben irgendwas komplett gebrokt, jetzt würde ich sagen. Warte mal, äh, Host auch mal. Musst du spielen, wo das wieder neu umstellen musst du dann erstmal? Ja, sorry, hab ich nicht gesehen, tut mir leid. So, Leute, das wird auch schon wieder zurück. Und, ja, wir haben, ja, genau. Erstes verkackt, und ja. Es geht jetzt weiter. Weil der Kerl gedacht hat, er müsste mal buddeln gehen. Ich glaube, wenn die Kanate hochspringt, da müssen wir uns wahrscheinlich hinducken, also. Legt mich, ich, ich gehe jetzt hier ins Eck. Warte, schaufeln und buddeln. Oh, du hast Geld gefunden. Äh, toll. Da muss ich, seit wann komm, äh, ja, ja, ist mir schon klar. Loil, jetzt haben mich den ganz komisch auszusehen, auch wie auf der Reteilzeit. Hey, das ist Origins. Juhu. Oh, wie schön. Warte, ich buddel her, pass auf. Ja, ich gehe mal mit dir weg. Ich habe Geld verloren. Oh, amut, Baby. Buddele, Geld gewonnen. Hier ist aber noch so ein Haufen. Gebt euch gar nicht, den hackt doch, Alter. Ähm, was ist das? Das ist der Angehörter. Du, 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 du. What the fuck? Das ist eine Schrot, wie viel kostet die? 1.000 Cent ist eine Schrot. Ey, das ist ein Ritter, der König. Halt sie mir vom Marker. Und dann kann ich sie mir kaufen. Ah, komm. Äh, füll die Kiste, die, die Kiste, ähm, füll die Kiste erst, wenn wir ganz hinter am Ende sind. Welche Kiste? Die da ist, die da, die Kiste da. Was ist da mit? Kannst du füllen. Mit was? Weil, wenn du die Zombies in der Nähe tötest. Okay, ich geh mir mal die Schrot kaufen. Kostet 1.700. Der Weg kostet hier 1.500, Alter. Ah, mir fehlt noch Geld. Ah, da kann ich graben. Oh. Mir. Ja, muss ich ducken. Aber das tötet Zombies direkt. Buddeln, Buddeln. Buddeln. Rischloch. Mann, ey. Da ist noch eine Schau, ich kann es auch buddeln, ne? Geh, äh. So, ja. Kann jetzt ein bisschen hart werden hier. Ha, ha, ha. Äh, Ken, kannst du mir mal ruhig ein bisschen helfen hier? Warte, ich helfe schon. Hey! Und ich schliege schon wieder. Das ist auch eine Waffe. Ah, steck fest, wegen dir. Hey, du komischen Ritter auf der Rittermarkt oder der Tempelritter. Lass den mal krabbeln. Uuua. Max Ammo. Lass den mal krabbeln. Warte, ich suche mal kurz nach Buddeln, weil du kann man auch ganz leicht Geld verdienen hier. Hat sie die Waffe kaufen? Nee. Wie kosten die? Ich hab mir... Oha, Alter. Was denn? Das hat 4.000 Euro. Alter, ich hab... Äh, weiß ich wie viel ich nur bezahlt hab? 450. Ähm, wir müssen dahinter, glaub ich, oder? Ist das? Weiß weiß ich. Ah, hier kann man nochmal krabbeln. Warte, pass auf. Guck dir das an! Oh, du hast die Waffe auch? Oh, du hast die Waffe auch, Alter. Mine! Oh, guck mal, was ich gefunden hab. Man geht's nicht hier weiter. Oh, cool. Meine Fresse, gehen mir die schon mal. Dann warte, warte, bis die kommen, die zwei misst, dann... Ja, na, na, schlaf mal nach, weil da hast du noch ne Waffe. Wie will ich. Ich hab mir bescheuert. Warte. Money! Ja, jetzt kannst du aufsammeln. Noch mehr Geld. So, die sterben sie erstmal. Das Ding ist sau OP geil, Alter. Oh, ich hab mir keine Waffe. Boah. Kostender Eintritt hier. Guck mal, geh mal durch. Komm mal hier hin. Du schu. Warte. Das ist sau cool hier. Warte. Warte, mach's echt genau. Steh hier unten. Ja. Jetzt laufen sie außen rum. Tötest du ein bisschen. Dann springst du hier drauf. Weil jetzt müssen die Zombies außen rum laufen. Also praktisch hier außen rum. Also musst du hier eigentlich nur abknallen. Aha, ich hab geschlagen. Als ich so nah am Rand stehe. Ah, doch die Zombies. Wieder runterspringen dann. Hier außen rum laufen. Irgendwie so nah am Rand. Wie so nah am Rand. Halt, das sind alle zähle. Jesus. Ach, wir haben gerade rausgeschafft. Granate. Ist da drinne? Ah, da hinten ist es. Ah, Instacare warte, holst du noch nicht. Da hinten. Oh. Oh. Das Ding hier. So eigentlich. Der ganz hinter dir. So. Warte, schaps. Partfahrt. Ah, was ist das? No. Ist der Strom, dingster. Gut, jetzt müssen wir zum Strom. Also müssen wir weiter. Also müssen wir Money farmen. Hier vorne weiter. Kostet 1500. Ah, kannst es kaufen. Und kaum es rein kann. König. Oh, da ist einer. Alter, steht doch schnell. Kostet das jetzt? Ähm, 1500. Ja, Tobin. Bedien dich. Bei was? Was kriege ich? Toll. Was sagst du? Ein Scharfschützengewehr. Ja. Hat doch einen Zorn hinter dir. Kann ich auch. Ja, wo ist es hin? Tick dich weg. Ähm, warte ein bisschen da weiter. Da kostet der Tür. Wo geht's? Ja, da. 750 kostet die Tür. What the fuck? Alter, nee, du hast die, oder? Nein. Du hast die, Alter. Ähm, spar die Munition für die. Leute, das leckt gerade ab, hatte ich. Wo geht's? Alter, spar, spar dir die Munition für die. Ja, wo? Weil wenn du mit der, wenn du mit der Schieß explodiert die Munition, dann sind alle Zombies im Kreis tot. Ja, was, äh, wo geht's denn jetzt hier weiter? Äh, schieß mal auf den Boden mit der Sniper. Ja, wie geht's? Da ist er. Ja, da ist er. Ähm, alle tot. Ja, ähm. Aber du leider auch. Würdest du? Wuaaaaaaah. Würfuh. Wir müssen dahinter weiter. Wir brauchen noch einen Teil, müssen dahinter. Dahinter müssen wir hier. Oh, kann ich. es kostet 750 wie viel war die munition ein bisschen sterben sie alle direkt 750 kostet der nächste eintritt der da hinten ganz hinten die letzte Tür da ist offen gut dann müssen wir weiter da ist die nächste Tür dann müssen wir jetzt weiter 1000 Punkte wow eröffnet und jetzt müssen wir noch hier durch du hast 750 noch pardon Zombie ah die hier müssen wir rein genau wie kostet das 500 was denn jetzt, jetzt habe ich die Tür geöffnet ja oh vielleicht schau dir gleich das Zombie an nein schliebe verdammt ich konnte jetzt nichts machen oh gleich auf okay okay konnte ich jetzt auch nichts machen wenn ich älter bin der muss hat er schnell wie ich versuche in die Mitte zu kommen so gut ich habe ja weil du weil du ja wusste es so und Runde 2 nein ich hasse das herrn sagen alle erworben stetschen nicht automatisch um keine ahnung er ist gleich Leute wieder und so Leute da sind wir auch schon wieder und schaffelt ab und laufend ein guter das ist eine er dass sich automatisch ausgebildet hast wo so wie so gut um wir öffnen jetzt müssen wir diese stein öffnen und was du das Ding da ist noch eine Schaufel da ist noch eine Schaufel money money noch mehr zu buddeln mehr money oh cool du hast nichts gefunden ja noch was zum graben dann kann weitergehen wie viel kostet das nächste jetzt müssen wir da weiter das kostet oh das Tal ganz hinten ist es wo oh mein Gott alter diese Waffe ich hab was gefunden was hast du gefunden was hast du gefunden guck dir die Waffe an die Karte musste stoppen meine ich meine nein so jetzt müssen wir weiter jetzt müssen wir da vorne weiter nein ich meine hast du das Teil ja genau das ist der Strom den wir nachher anschließen müssen ah taubend nochmal du ja ich bin ja ja halt jetzt muss ich doch diese Waffe punchen Alter direkt hier boom boom hey Nimm die, hol sie dir! Ja, hol dir das! Jaaa! Willigan! Rettet alle aus! Jaaa, Max Amo! Nachladen! Und... Du bleibst ja hier das, ne? Da belebst du dich ja selbst, also... Wenn ich jetzt so hochdrücke... Okay... Nein! Die hat mir nur eine Grenze gezahlt? Jaaa... Ähm... Toll... Weck eine Granate, die Bixer! Diese Waffen an, Alter! Ich hab mich steckt instant in die Fassung! Ich dauert ein Zombie! Ein Schuss! Ein Zombie! Tot! 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 Ja, hier sterben wir jetzt! Ja, mach mal die Tür auf! Doch, jetzt bin ich tot! Nein, rein! Nein, rein! Alter, diese Waffe ist geil! Wir müssen beide haben, Alter, müssen wir da mit Munition spannen! Einfach nur einen Schuss! Tot! 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 Wie kostet die? 1. 1. 1. 1. 1. Ah, da läuft es! Ah, hier kannst du buddeln, oder? Ah, da vorne kannst du buddeln! Warte! Warte, ich buddeln! Kür ist auch! Money! Da kannst du punchen, oder? Ah, das kostet ja Punkte! Scheiße! Ja! Warte, ich kaufe die nächste Tür auf! 47.50! Gut, weiter müssen wir jetzt! Kostet sich wieder Money! Lass uns zurückrennen, Alter! Oder sowas! Oder komm, lass mal da hoch! Man geht nur hoch! Ach, wo sind wir denn hier? Gut! Jum, bist du ein bisschen safe! Weil die Tom ist erstmal die ganze... diese Leiter hier hochklettern müssen, dann die ganze Treppe hier also... Ey! Mach einen Job, Zombie! Ach, denn die backen sich auch nur zur Info! Also komm mal ein bisschen hier hin, wo ich spinne, oder sowas! Irgendeine Art! Oder genau, stell dich hinten dran! Da, knallst du ab, Alter! Ja, rip, Alter! Ich glaub, hier oben gibt's nur zwei Zombie-Spots! Ah, hinter dir zum Beispiel! Oh, ab, Zombie! Ich brauch' keiner! Ah! Ähm! Ey, jetzt wird's schnell, jetzt haben wir auch ab! Punkte! Ja, Alter! Noooool! Der ist nun, kommt noch hier hoch! Sau cool hier oben, Alter! Äh, wie kommt man jetzt runter? Bin ich nicht! Wohin, probier mal was! Ah, warte, da kann man was machen, oder? Beispiel? Warte mal, wahrscheinlich... Ah, genau! Ganz normal runter! Äh, ein bisschen ab 40, aber... Halt dich schon mal auf, ein bisschen! Ah, Insta-Kill, wahrscheinlich mal gerade Waffe benutzt! Einer, irgendwas kräftiges Platz hier an! Ja, oben! Komm, da hinten weiter! Kräftige schmiert jetzt momentan! Komm, komm! Wenn wir die Waffe haben! Kann ich mich auch fangen? Weiter geht's! Ganze buddeln! Wie kostet die nochmal? 57, gut! Jetzt da hoch! Moin! Hier können wir auch... Können wir auch chillen! Und da! Warte! Wo bist du? In hinten da! Alter leckt das gerade bei mir! Null, geht bei mir! Ja, du hast... du haust es ja, aber eher... Das ist ja alles ab! Boom! Ah, lass uns mal die Küste hier öffnen! Genau, lass uns mal die vollfüllen! Warte, bis sie oben sind, dann killt ihr sie! Da kann ich mich nicht so überlegen! Glaub ich noch, keine Ahnung! Ich glaube wahrscheinlich die 48! Äh, er kommt angekrabbelt! Boah, dreifach! Krabbeln ja alle! Gummacht mit denen, Alter! Ich hab mir doch mal ne Granate runtergeworfen! Da hat man bis hier oben an die Kiste sind, da töte sie! Weil ich will den Stab haben! So viel Tod! So schnell! So schnell! So schnell! So schnell! So schnell! So schnell! Gott, was bringt das jetzt? Der Stab macht, äh, bei jedem Monster direkt tot! Warte, wie gut überschnitzend ist, stimmt! Weil Zombies leicht nur noch! Krabbelt einer! Komm! 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 Ja, bleib du grad mal hier und befüllen mal! Ich muss kurz zurückrennen! Ah, hab ich schon! Ich muss auch mal zurück! Ich bräuchte meine neue Waffe! Oder ja, lass mich grad weiter zurückrennen! Wo hab ich denn jetzt hier einen Schleifflug gesehen? Stell die Treppen hoch! Ich hoffe, du überlebst da unten! Ah, geil! Wo bist du? Treppe oben! Weil ich den Strom jetzt echt mal anknalle! Welche Treppe? Ja, ähm, da wo der Strom ist! Gut! Oh, ich hab die Waffe auf, äh, MB2! Ah! Nein! Kein! Komm schnell! Spiegel! Ich hab ihn vergessen, da kam ein Zombie! Ähm! Ähm! Dann! Wie? Du sollst jetzt runterkommen, Alter! Wir fallen jetzt nicht spawnt, was irgendwie exklusiv ist oder sowas! Ja! Komm mal her, zu mir! Ich sterbe sonst gleich! Beeil dich! Was? Bist du, Alter! Ja! Ich schlieg da oben auf der Treppe! Fuck! Wo warst du, Mann? Auf der Treppe! Wo die Treppe, äh, wo die Kiste ist! Was voll weit weg, Alter! Da krabbelt ein Zombie! Ja, warte, ich komm wieder hoch! So, der Strom ist ja eh jetzt an, also lass uns chillen! Ja, ich... Mach doch die Kiste! Ja, ich bin eh tot! Egal, kannst ja Punkte farm jetzt! Alter, leckt das, Alter! Mann! Deine Leitung, komm! Ah, die sind kurze Rugglers! Mach mal komm! Egal, ich mach nur noch auf alles! One-Head tot, also... Guck's dir an, Alter! So, wie komm! Toll! Die soll! Oh mein Gott, die soll! Toll! Hallo! Geh weg, Zombie! Geh weg! Mit dir! Mann, komm ich wieder! Ja, ist die Tür! Ey, die hast du schon aufgemacht, oder wie? Loll! The fuck! Ist der Stab da? Normalerweise ist der Stab da sein! Ah, der? Nee! Ist ja alles zu blau! Mann, da müssten ja dann so Stäbe hier so Stäbe sein! Egal, wir müssen ja eigentlich alles vollfüllen! Und die ganze punchen! Ja! Aber ich... Ähm, wo ist das Zombie? Speziell mal töten, bevor wir weitermachen! Ich will trinken zu da! Hell, ich will trinken zu allem! Ich will nicht! Ich will nicht bekommen! Wo ist denn das jetzt? Hauptmann, hast du ein Zombie gemacht? Ich schnüß! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Und guck dir das jetzt an! Toll! Dir das schöne Ding an! Das sind 4000, aber... Das war ein bisschen verschwunden, oder so egal! Lass uns wieder hochchillen! Du! Ja, ich komme zu dir! Ja, ich komme zu dir! Kannst du es auch? Ja, ich komme! Ja, ich rufe mal den Fahrstuhl! Ja, kannst du! Bist du da in dem Raum immer noch? Ja, ich bin da oben! Nein, ich bin hinter dir! Nein! Mann! Scheiße! Alter! Warte, um zu kommen! Gehen bald einfach nicht! Gehen bald nicht! Die kommen! Alter, wie viele sind doch denn wieder? Da kommen wieder einige! Mach mal eine Granate rein! Ich bin stärker als auch! Ja, ich glaube wieder nicht, Alter! Das ist assi! Ja, ich bin gleich fort! Ja, leider wieder! Quatsch, mach die Runde jetzt schnell vorbei! Mann! Weil du denkst, hinter dir spawnen auf einmal kein Zombie und noch einmal steht hinter dir ein Zombie! Ich weiß, das kenn ich! Weißt du, wie ängerlich das ist? Du brauchst die Waffe auch, Alter! Dann geht's rund hier! Ah! Wann der da? Wannst du? Ah, da hinten! Warte mal! Bleib mal da! Ja, ich brauch eine Waffe! Ja! Alter, geht das? Warte! Guck mal, Torben! Über dir! Wo sind wir? Ich bin angeflogen! Was, du kommst? Angeflogen! Ähm... Wo bist du, Ken? Ähm... Da neben dem... Wo wir grad eben waren... Und... Oder... Geh drück! Hinter dir, dem... Scheiß Felsen da weggemacht! Nein! Ich komm nur... Fuck you! Ich geh da hin, wo die Kiste war, weißt du? Auf dieser komischen Tribüne! Achso, ja, da kommt... Ja, gut, da kann ich auch hin, gleich! Alter! Fick dich! Das Death Machine! Lass einen Tommy leben! Also bei mir ist das grad nix mal, oder? Ah, da bist du! Ich seh dich! Komme! Alter! Ich kann ja weiterleben! Ich hab dir ein Headshot gegeben! Da komm ich angeflogen! Hey! Ja, der legt in die Granate! Ja, der legt in die Granate! Ja, der legt noch einer! Der schreit eben wo, keine Ahnung wo der ist! Ah, der kommt angeschrien! Also dauert noch ein bisschen, wer da ist! Was bringt die Plattform? Ah! Äh, ab wo buddel mal ein bisschen hier! Weil dann kriegst du wieder das Ding, ja! Warte, ich hab ne lustige... Ich hab ne sehr lustige Idee! Komm mal hier hoch! Boah! Das ruck mit Krab bei mir! Das ist ja die Baromache! Warte, warte mal! Komm mal schnell mit! Wir laufen da... Wir laufen dahinter! Zombie! Ah! Ich steck fest! Wieso? Oh mein Gott! Nein! Jetzt renn! Renn, Alter! Was ist das?! Das ist ein Mini-Boss! Was?! Das ist ein Kack-Mini-Boss, Alter! Da! Gut, nice! Ob der Mini-Boss stirbt, weiß ich nicht! Aber renn von dem weg, Alter! Geht die irgendwann mal! Ja, irgendwann! Aber wann? Was ist das?! Wie hässlich die Figur! Warte! Warte! Lass ihn! Ah, da kommt sie! Warte! Warte! Lass ihn! Ah, da kommt sie! Warte! Bis jetzt, weiß ich nicht! Bis wir weiter drauf sind! Und... Tschüssi! Huiiiii! Schau! Und jetzt müssen die Zombies erst mal ein bisschen hinter rennen! Also haben jetzt bisschen Zeit hier zu graben! Wie lange geht eigentlich jeder? Es muss doch irgendwann mal ein Ende geben, oder? Ich weiß selbst nicht. Ich hab's Ende abgestimmt gefunden. Da krabb ein bisschen. Da ist schon wieder ein Zombie. Ja, da sind die, die hier gespawnt sind, Alter. Bauen wir mal eine Waffe. Oh, schau mir mal die Strahl. Oh, hier kann ich wieder krabben. Oh, Moni. Oh, ich hab ein Visier. Ah, Tobi, hör ab. Wo bist du? Ah, wieso bin ich jetzt tot, Alter? Wo bist du? Hinten bei der Box bin ich. Ah, er greift mich weiter an, wieso? Zombie, hör mal auf mich anzugreifen. Sind noch wenigejenige. Außer deiner, der vergewaltigt hier gerade. Alter! Nein! Halt's ab. Ey, ich hatte noch voll viele Punkte. Was? 100 Uhr, Alter. Jaja, schade. Ah, ja. Ich hoffe, wir haben nichts, wenn es euch gefallen hat. Lacht einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn der blöde Kommentare kommen, könnt ihr euch die sparen. Dann könnt ihr so unter ihnen ein anderes Video batchen, aber... hier. Ich verabschiede mich für diese Runde. War wieder schön, mit dir zu zocken können. Und ich hoffe es nächstes Mal auch wieder. Okay. Also, dann...